haben die original namen die hören sich immer so so bekloppt an ja max an ach das ist wieder so eine komplett nach oben offene map wurde ich auch gar nicht vor diesen vor diesen unlocks quasi verstecken kann das war ja mal wieder gesehen vorhin meine 24 runde oder drei ja habe ich gesehen habe ich irgendwelche killstreaks gehabt und einer anderen wegradiert ich such dich irgendwie immer wieder ach der raum ist zu oder kann man nicht raus ich habe mich quasi immer so ein bisschen geopfert werden beherrscht ja von wegen wir werden beherrscht ich beherrsche ich gleich auch das kommt mir vor als wenn die nur ein schuss machen und ich bin ich meine drohne erwischt das ist so flott das ist nichts für mein altes herz stellen wir nicht so ob ich im endeffekt bei crisis dann auch so viel spaß haben werde wie hier ich prophezeie ja dass du da mehr spaß haben wir es ich müsste viel öfters auf diese hässliche minimap gucken ja ich auch die ist echt hässlich ich habe jetzt auf eine eigene geschossen weiß wer da ist nein das war mir doch keiner okay wenn man das spiel nicht kennt und die ganze karten nicht kennt das ist natürlich extrem schwierig sich auf die gegebenheiten da einzustellen die hängen wirklich auf jeder ecke rum das ist doch langweilig ich renne hier wie auf so einen sportplatz immer meine runden und dann rennt er nur paar sekunden und dann war es das und dann hört er wieder auf mit laufen faule sau wahrscheinlich kann der sniper unbegrenzt lange luft anhalten meister mit einem zusätzlichen perk ja natürlich okay jetzt bin ich gerade irgendwo runter gesprungen habe offensichtlich ein hit gefressen dabei also schaden genommen jetzt weiß ich nicht wie viel wie viel schaden ich wirklich habe ach du bist ja bei mir du bist ja vor mir ja geh mal vor ja diese waffe meine ich mit der ich dich da gerade weggeballert habe keine ahnung wie es in dies also ich finde die extrem stark so jetzt aus meiner nur wegen nicht her also wenn jetzt einer von hinten kommt ich achte nur auf das was ich vorhin in meinem sichtfeld sehen das habe ich gesagt von hinten kommt einer zack tot ich will nichts sagen das ist schon irgendwie witzig aber ich man kann sich ernst nehmen man kann es echt nicht ernst nehmen und ich kann mir gut vorstellen die die kleinen frühspritzer mit ihren ja mit ihrer schnellen reaktion noch dass sie da ihren spaß haben aber für mich jetzt persönlich ist es echt eine witznummer ist es bei dir auch dabei habe ich auch so dass der nicht immer komplett durchlädt wenn du dann anfängst zu laufen ja und das bricht dann komplett ab das ist schon bescheuert ja irgendwie sehe ich immer so wenig ich habe ihn beim schuss noch getroffen aber nicht gekillt hinter mir hinter mir hinter mir ja 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 scheiße wo ist er auch munition alle super der hat mich mit so einer mit so einer burst feier mit seiner 93 er gekillt hat er mich auch ach und dann quasi einen drauf runter dass sie dass sie dann mit ihren freigeschalteten waffen mit denen es dann noch schwieriger ist leute zu killen ja dann alles klar im battlefield wird ja mal gesagt die m16 ist zu stark aber hier sind ja alle waffen irgendwo komisch also das ding was ich hier gerade habe das radiert alles weg ich warte nur auf den moment dass ich keine munition mehr habe mich hat schon wieder irgend so ein snapper weggeheholt ey wer ist denn da gerade in eine channel reingekommen der sheriff der sheriff hallo sheriff hallo sheriff wir spielen hier gerade ein technisch total aufwendiges spiel und sind gerade noch mitten im gaming weißt du richtig live streamen bin ich denn jetzt nein im moment ist stream ich es gibt hier keiner live das ist der channel der grad frei war warum ist denn deine stimme so laut hast du neues mikro nein aber ich habe meinen sound einstellungen in den letzten tagen ein bisschen gedreht weil ich bei mir immer so ein bisschen das problem also beim letzten stream hatte ich das problem dass bei mir alles sich total gut angehört hat aber beim stream musste man also dass der war alles total leise und man hat die anderen leute im ts gar nicht mehr gehört und das hat also machst du mich jetzt mal ein bisschen runter drin habe ich gerade mal gemacht was mich leise gemacht ein faux pas shit ja sollen wir gleich noch unser ding aufnehmen ja wenn nicht schlecht cool bis wann hast du zeit nichts besonderes dann würde ich sagen so einer halben stunde vielleicht ja zwei oder drei runden machen wir noch und dann haben wir denkmal die fachsendicke hier von den hochleistungsspiel also spielte lauter erronie spielt hier gerade nicht kreis black ops black ops schlacht und call of duty genau aber ich wollte noch fragen hat es so nicht schon mal so ein video gemacht mit black ops 2 ja da habe ich mir da habe ich mir ein gameplay von jemandem schicken lassen weil ich weil ich das einfach mal mit einfließen lassen wollte so von wegen was demnächst kommt und was nicht kommt und da hatte ich nur mal meine meinung ohne es gespielt zu haben dazu hinter die hinter die hinter die ich wollte die waffen aufhören mein nicht mal so was sagt man diese diese kann es mich wiederbeleben und das hass ist dir bei mit free weekend geschnappt nämlich jetzt nochmal an ganz genau ja ganz genau also wenn ich hierfür geld ausgegeben hätte dann müsstet ihr mich ne also wenn man es mir schenken würde oder ich es irgendwie mal umsonst spielen könnte dann würde ich das auch spielen ok was heißt spielen dann würde ich nicht spielen nein ach scheiße wo sind denn diese ganzen lutscher ich finde hier keinen die hauen immer ab das ist für mich auch noch aber ganz ehrlich mit der mini map ich gucke da immer zu viel zu wenig hin das war bei battlefield am anfang auch so da habe ich gar nicht auf die mini map geachtet toll jetzt blockiert mich ja einer aus meinem eigenen team und ich kann nicht rennen mit diesen ich habe hier so eine doppelwaffe die ist ja richtig dual akimbos ja ja wobei das wäre schon wieder doppelt meine fritte aber das ist ja richtig fett er da dann kann ich mir richtig vorstellen aufgehoben ja wird gesichert oh da ist er ab alle flaggen gesichert aktuelle position halten oh mein oh ja ja gut du warst das also was mir was mir beim letzten mal ziemlich auf den eier ging dass das dass die leute die mich gekillt haben die hat man immer entweder vergoldete waffen oder solche mit swarowski stein besetzten waffen ja also ist die runde jetzt zu ende oder was scheint so ne das war ein quickie da schaut es euch an ja du bist im fernsehen also die schwammigkeit ist echt ein bisschen ist auf jeden fall weniger geworden es ist zwar noch spürbar aber nicht so wie es beim letzten mal war ich habe faust und ausgeschaltet und irgendein paar andere sachen auch runter oder weniger und ich bin letzter ja 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 ja